Jede Woche neue Hörbücher auf dem Kanal des ABP Verlag. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Einleitung Ich möchte hiermit allen Pädagogen, Fachkräften und Sozialarbeitern danken, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und vor allem denjenigen, die dieses Werk dazu verwendet haben, um Kindern in Armut zu helfen. Dieses Buch ist für Sie gedacht. Jedes Mal, wenn mir jemand eine Geschichte darüber erzählt, wie ihm oder ihr diese Informationen geholfen haben, bin ich dankbar. Es gibt derartig viele unterentwickelte Talente unter armen Leuten. Und das nur, weil ihnen die Kenntnisse und die Mittel gefehlt haben, um aus ihrer Situation herauszukommen, wenn sie sich dazu entschieden hatten. Ich sage das Ihnen allen, die Hoffnung spenden. Es ist ein unermesslich wertvolles Geschenk. Es ist nun fast zwei Jahrzehnte her, seit mein ursprüngliches, rotes Büchlein A Framework for Understanding Poverty 1995 veröffentlicht wurde. Es ist nun an der Zeit, es anhand der neuen Informationen, die ich in all den Jahren und durch aktuellere Studien gewonnen habe, neu zu schreiben. Viele Teile aus dem ursprünglichen Buch sind also zwar immer noch da, wurden aber durch Zitate aus der aktuellen Forschung, neue Fallstudien und Erklärungen ergänzt. Viele Referenzen werden direkt im Text zitiert, die meisten jedoch im umfangreichen Endnotenapparat der neuen Ausgabe. In der Zwischenzeit haben viele Fachkräfte aus der Praxis die Ideen, die ich 1995 vorgestellt hatte, erweitert und in vielen Fällen auch eigene Forschungen betrieben. Die Arbeiten zahlloser Dozenten, Forscher und Berufspraktiker haben, neben der fortwährenden Arbeit meiner Firma, AHA-Process, zu einem tieferen Verständnis des Armutserlebens von Kindern beigetragen. Und der entscheidenden Rolle, die Schulen dabei spielen können, Kinder und Jugendliche aus der Armut zu helfen, sofern diese Schulen die Mittel haben, die sie brauchen, um deren Situation zu verstehen und verantwortungsvoll zu handeln. Über den Bildungssektor hinaus freut es mich festzustellen, wie diese Arbeit von jenen in andere Bereiche und Branchen übertragen wird, die die Konzepte des Frameworks verstehen und an ihren spezifischen Zuständigkeitsbereich anpassen. Dazu zählen Firmen, Krankenversicherungen, soziale und religiöse Einrichtungen, höhere Lehranstalten und Bridges-out-of-Poverty-Gruppen. Ich glaube, dass dieses Buch jetzt noch nötiger ist als 1995. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen ist Kinderarmut auf dem Vormarsch. Uns stehen mehr Informationen denn je über die wirtschaftlichen Kosten von Armut zur Verfügung. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle. Seit 2002, also seit die US-Bundesregierung darauf besteht, Bildungserfolgsdaten zu veröffentlichen, zeigt sich, wie groß die Unterschiede in den erzielten Leistungen zwischen wirtschaftlich benachteiligten Kindern und ihren privilegierteren Mitschülern ist. Dieses Werk wird von manchen kritisch gesehen. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde Kritik von Seiten einiger Professoren aus höheren Lehranstalten laut, die für soziale Gerechtigkeit forchten und der Ansicht waren, das Werk behandle Armut nicht als system- und ausbeutungsbedingtes Problem und übergehe auch im Zusammenhang mit Armut stehende Faktoren wie insbesondere Rasse und Geschlecht. Dieses Buch war nie dazu gedacht, diese Probleme zu behandeln. Viele Forscher, vor allem solche in höheren Lehranstalten, haben hierzu ihre theoretischen Ansichten dargelegt. Meine Herangehensweise an Armut ist in erster Linie praktischer Natur. Ich habe jahrelang in Schulen und Schulbezirken gearbeitet und weiß daher aus erster Hand, dass Lehrer neben der Theorie auch handfeste, anwendbare Strategien brauchen. Ihre Mission, die absolut entscheidend ist, lautet, die Kinder in ihren Klassenzimmern zu erreichen. Sie kämpfen an der vordersten Front des sozialen Wandels, bei jeweils einem Schüler nach dem anderen. Ziel dieses Buches ist es, diesen Lehrern, Schulleitern, Bezirksvorstehern, Sozialarbeitern, Schulkrankenschwestern und den vielen weiteren Pädagogen, die mit armen Leuten arbeiten, dabei zu helfen, einen positiven Einfluss auf die Chancen ihrer Schüler bzw. Klienten zu nehmen, indem es erstens der Erfahrung generationenlanger Armut einen Namen gibt, zweitens die nötigen Mittel und Ressourcen für Bildung ausmacht, drittens Interventionsstrategien bietet, viertens den intergenerationellen Wissenstransfer verbessert, fünftens das Denken generationenübergreifender Armut erklärt, sechstens hilft, die Wirklichkeit in generationenlanger Armut zu verstehen, sodass die Betroffenen erfolgreich den Übergang zur dekontextualisierten Welt von Schule und Arbeit meistern können. Es ist nicht das Ziel dieses Buches, die Gründe von Armut zu erklären oder damit im Zusammenhang stehende Faktoren wie unter anderem Fragen der Rasse, Geschlecht, Behinderungen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit, Drogen, Kriminalität und systembedingter Diskriminierung zu behandeln. Es gibt wie gesagt andere, die diese wichtige Arbeit geleistet haben und diese Studien sind auch in dieses Buch eingeflossen. Dieses Buch betreibt eine kognitive Annäherung zu den Begriffen Klasse und insbesondere generationenlanger Armut, basierend auf den theoretischen Arbeiten von Jean Laff und Étienne Wenger, die beide an der Columbia University in New York City unterrichten. Laff und Wenger verorteten das Lernen in sozialen Beziehungen. In Anlehnung an Mark Smith drücken sie es so aus. Wie es William F. Hanks in der Einleitung seines Buches Situated Learning – Legitimate Peripheral Participation ausdrückt, fragen sie nicht, welche Arten von kognitiven Prozessen und Konzeptstrukturen im Spiel sind, sondern welche Arten von sozialen Interaktionen den nötigen Kontext liefern, damit Lernen stattfinden kann. Es ist nicht unbedingt so, dass Lernende sich Strukturen oder Modelle aneignen, um die Welt zu verstehen, sondern dass sie an einem Bezugssystem teilnehmen, das selbst eine Struktur hat. Lernen umfasst die Teilnahme an einer durch Praktiken definierten Gemeinschaft. Diese Teilnahme wiederum bezeichnet nicht bloß örtlich begrenzte Vorgänge der Teilnahme an bestimmten Aktivitäten mit bestimmten Menschen, sondern einen umfassenderen Vorgang der aktiven Teilnahme an den Praktiken sozialer Gemeinschaften und der Schaffung von Identitäten in Bezug auf diese Gemeinschaften. A Framework for Understanding Poverty untersucht und beschreibt die Erfahrungen eines Lebens in Armut, im Mittelstand und der Oberschicht. Klasse wird, ebenso wie Rasse, immer zuerst auf einer sehr persönlichen Ebene erlebt, auf der sie das Denken beeinflusst. Laves und Vongers Studien kommen zum Ergebnis, dass jedes Lernen zu seinem Anfang in einer Welt des situierten Lernens mit eigenen Beziehungen, eigenem Kontext, Aufgaben und Sprache stattfindet. Anfangs nehme ein Mensch an einer oberflächlichen Ebene teil, die auf Beziehungen basiert. Mit der Einschulung werde das Lernen dekontextualisiert. Die Beziehungen und der Kontext würden entfernt. Es werde nicht mehr länger in Geschichten, sondern in Regeln gedacht. Das Handeln erfolge nach Zeichen, nicht nach Situationen. Forschungsgrundlage dieses Buches Diese Arbeit basiert auf lebensnahen Längsschnittstudien, die auf willkürlich ausgewählten Beispielen basieren. Ich hatte 32 Jahre lang sehr engen Kontakt mit einer Nachbarschaft, in der generationenübergreifende Armut herrschte. Die Nachbarschaft bestand aus rund 50 bis 70 Personen, wobei die Zahl mit der Zeit je nach Situation, Todesfällen und Umzügen schwankte. Überwiegend weisse. Während dieser Zeit entdeckte ich, die ich aus einer mittelständischen Familie stamme, wie sehr sich die ganze Bandbreite an Begriffen, Handlungs- und Reaktionsweisen dort von dem Unterschied, womit ich aufgewachsen war. Ich führte eine interdisziplinäre Forschungsanalyse durch, um diese Unterschiede zu erklären. Zudem lebte ich während des Studiums dreieinhalb Monate auf Haiti, um die dortige Armut zu studieren und mich ehrenamtlich zu engagieren. Anschließend lebte ich sechs Jahre lang unter sehr wohlhabenden Menschen, während mein Ex-Mann in der Handelskammer von Chicago arbeitete, wodurch ich wiederum sehr viel über die Oberschicht lernte. Während dieser Erlebnisse und danach verfuhr ich mit der Methode eines Anthropologen. Ich mischte mich unter die Leute, lebte wie sie und verwendete Begrifflichkeiten aus der Forschung, um diese Unterschiede zu erklären. Schließlich sprach ich mit tausenden von Menschen in China, Indien, Australien, Kanada, Trinidad und Tobago, der Slowakei, Ungarn, Großbritannien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten. Die Ausgabe des Frameworks von 2005 wird in Jamaika und Korea verwendet. Obwohl jede Erfahrung einzigartige Elemente aufweist, sind die Gemeinsamkeiten und Muster des Armutserlebens sowie der Konflikte zwischen Kindern aus armen und mittelständischen Schulen wesentlich größer. Mythen über Armut und Reichtum 1. Von Armut sind vor allem ethnische Minderheiten betroffen. Fakt, 67% aller in Armut lebenden Menschen in den USA sind weiß. 2. Armut wird nahezu vollständig vom System und von Ausbeutung verursacht. Fakt, neben system- und ausbeutungsbedingten Ursachen hat Armut ihren Ursprung auch in persönlichen Entscheidungen Abhängigkeit, Krankheit, Krieg, mangelnder Bildung, Arbeitslosigkeit, Geisteshaltungen, Behinderungen und Denkweisen. 3. Die Reichen zahlen keine Steuern Fakt, 67,9% des Steueraufkommens der USA wurden 2009 von den oberen 20% der Haushalte bezahlt. 4. Der IQ ist niedriger, wenn man arm ist. Fakt, der IQ ist weitestgehend die Messung erworbenen Wissens. Liefert das Umfeld nicht das nötige Wissen oder Vokabular, kann es in einem Test auch nicht unter Beweis gestellt werden. 5. Armut ist eine Frage des Geldes. Fakt, Armut ist eine Frage der Kombinierung von Ressourcen. 6. Reichtum ist eher eine Frage des Vermögens als des Einkommens. Fakt, Vermögenswerte sind zwar wichtig, aber das Einkommen ist letztlich das, wovon man im Alltag wirklich lebt. Produziert ein Vermögenswert kein oder zu wenig Einkommen, kann das zu ernsthaften Problemen führen. 7. Armut ist vor allem ein städtisches Problem. Fakt, Armut ist auch in ländlichen Gebieten anzutreffen und überraschend häufig auch in scheinbar wohlhabenden Vororten. Einige Dinge, die Sie sich merken sollten. 1. Armut und Reichtum sind immer in Beziehung zur Umgebung zu sehen, in der Sie leben. In Manhattan, New York City, sind 1000 Dollar nicht viel Geld. Auf Haiti können Sie mit 1000 Dollar sehr lange durchkommen. 2. Armut kommt in allen Rassen und allen Ländern vor. 3. Klassenunterschiede sind in einer kontinuierlichen Linie zu sehen, nicht in klar abgrenzbaren Schubladen. 4. Die Ausgangslage in generationenlanger und situationsbedingter Armut ist jeweils verschieden, ebenso bei neuem und altem Geld. 5. Diese Arbeit ist eine kognitive Studie, die auf Mustern basiert, nicht auf Stereotypen. Es gibt Ausnahmen von allen diesen Mustern. Wird diese Arbeit als Stereotyp verwendet, d.h. nahegelegt, alle Angehörigen einer bestimmten Gruppe seien so und nicht anders, liegt ein Missverständnis vor. 6. Privilegierung ist ebenso eine Frage von intergenerationellem Wissenstransfer wie von Geld und sozialen Möglichkeiten. 7. Jeder Mensch trägt die versteckten Regeln der Klasse in sich, in der er oder sie aufgewachsen ist. 8. Die meisten Schulen und Firmen funktionieren nach mittelständischen Regeln und basieren auf den versteckten Regeln der Mittelschicht. 9. Damit unsere Schüler bzw. Klienten Erfolg haben, müssen wir zunächst ihre versteckten Regeln verstehen und ihnen dann die Regeln beibringen, die ihnen in der Schule und der Arbeitswelt zum Erfolg verhelfen. 10. Oftmals wird das als Code-Switching beschrieben, wie das Wechseln in eine andere Sprache, einen anderen Jargon. 10. Wenn sie die Regeln von Fußball in einem Basketballspiel anwenden, müssen sie zwangsläufig verlieren. 11. Wir bringen unseren Schülern bei, dass es Regeln für die Schule und für außerhalb der Schule gibt und dass diese nicht dieselben sind. 11. Sie müssen die Regeln anwenden, die in der jeweiligen Situation gelten und die ihnen zum Sieg in dieser Situation verhelfen. 10. Wir dürfen es niemandem nachsehen, wenn er bzw. sie etwas nicht weiß, noch es ihm bzw. ihr vorwerfen. 11. Als Pädagogen haben wir die Pflicht, unsere Schüler zu unterrichten, zu unterstützen, nicht nachzulassen und hohe Erwartungen an sie zu stellen. 11. Um es aus der Armut in die Mittelschicht zu schaffen oder gar zu Reichtum zu bringen, muss man, zumindest zeitweise, persönliche Beziehungen um das Erfolgeswillen aufgeben. Das Problem ist hier, sie haben nicht genug Zeit, um beides zu behalten. 12. Die vier Dinge, die aus der Armut helfen, lauten Arbeit, Bildung, Beziehungen zu überbrückendem Sozialkapital, d.h. Leute, die anders sind als sie, und oder Zuversicht in eine bessere Zukunft. 13. Die vier Gründe, der Armut zu entfliehen, lauten, dass es unerträglich wird, dort zu bleiben, eine Vision oder ein Ziel, ein besonderes Talent bzw. eine besondere Fähigkeit und oder eine entscheidende Bekanntschaft. Aktuelle Statistiken Wir bei AHAProcess aktualisieren Statistiken zu Armut auf unserer Webseite basierend auf Angaben des Statistischen Amtes der Vereinigten Staaten www.ahaprocess.com Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Kapitel 1 Ressourcen, Wirklichkeit und Interventionen Wie sie situiertes Lernen beeinflussen Um Schüler und Erwachsene in Armut zu verstehen, lautet eine der Arbeitsdefinitionen von Armut das Ausmaß, in dem jemand ohne Ressourcen klarkommt. Unabhängig von Land, Rasse oder Geschlecht geschehen bestimmte Dinge, wenn Ressourcen knapp werden. Je knapper die Ressourcen sind, umso weiter lebt man auf der linken Seite der Tabelle. Je mehr Ressourcen vorhanden sind, umso mehr lebt man auf der rechten Seite der Tabelle. Ressourcen sind immer als Kontinuum und nicht statisch zu sehen. Sie können sich im Verlauf des Lebens ändern und schwanken. Wendet man Ressourcen als analytisches Werkzeug an, geht man von einem starken basierten Modell aus, das die vielen Starken, die ein Schüler mitbringt, auch wenn er aus armen Verhältnissen stammt, berücksichtigt. Ziel ist es, bei der Erfassung der Ressourcen eines Schülers herauszufinden, welche Massnahmen helfen werden und welche nicht. Interventionen funktionieren nur dann, wenn die für diese Interventionen benötigten Ressourcen vorhanden sind. Anders ausgedrückt müssen sie mit den Starken arbeiten. Diese Ressourcen lauten dabei wie folgt. Finanzielle Genug Geld, um Güter und Dienstleistungen zu erwerben. Emotionale Die Fähigkeit, emotionale Reaktionen zu wählen und zu kontrollieren, vor allen Dingen in negativen Situationen, ohne dabei selbstzerstörerisches Verhalten zu zeigen. Hierbei handelt es sich um innere Ressourcen, die sich in Ausdauer, Beharrlichkeit und den eigenen Entscheidungen äußern. Geistige Kognitive Das Vorhandensein geistiger Fähigkeiten und erworbener Fertigkeiten Lesen, Schreiben, Umgang mit Computern, um das Alltagsleben effizient zu meistern. Spirituelle Glaube an göttlichen Sinn und Beistand. Körperliche Das Vorhandensein körperlicher Gesundheit und Beweglichkeit Unterstützung, Hilfe Das Vorhandensein von Freunden, Familie und Rücklagen, die im Notfall verfügbar sind. Dabei handelt es sich um externe Ressourcen. Beziehungen, Vorbilder Regelmäßiger Umgang mit Menschen, die sich normal verhalten, Verantwortung zeigen und keine selbstzerstörerischen Verhaltensweisen an den Tag liegen. Kenntnis ungeschriebener Regeln Kenntnis unausgesprochener Regeln und Gewohnheiten verschiedener Gruppen Sprache förmliche Sprachebene Vorhandensein von Wortschatz, sprachlichen Fähigkeiten und Verhandlungsgeschick, um in Schule und oder der Arbeitswelt voranzukommen. Üblicherweise wird Armut lediglich als Mangel an finanziellen Ressourcen begriffen. Die Wirklichkeit sieht allerdings so aus, dass finanzielle Ressourcen zwar wichtig sind, dafür aber weder eine Erklärung dafür liefern, warum einige es schaffen, der Armut zu entkommen, noch warum viele andere arm bleiben. Die Fähigkeit, der Armut zu entkommen, hängt wesentlich mehr von anderen Ressourcen ab als den finanziellen. Jede einzelne Ressource spielt eine entscheidende Rolle beim Erfolg der Betroffenen. Emotionale Ressourcen liefern die nötige Beharrlichkeit, um schwierige und emotional unangenehme Situationen durchzustehen. Emotionale Ressourcen ermöglichen es Ihnen, keine zerstörerischen Verhaltensweisen zu zeigen, weder sich selbst noch anderen gegenüber. Emotionale Ressourcen sind mitunter die wichtigsten Ressourcen überhaupt, da Sie, sofern vorhanden, den Betroffenen ermöglichen, nicht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Um aus der Armut in die Mittelschicht oder der Mittel in die Oberschicht aufzusteigen, müssen die Betroffenen ihre emotionale Datenbank löschen, weil die Situationen und ungeschriebenen Regeln sich stark von dem unterscheiden, was sie zuvor erlebt haben. Deswegen sind ein gewisses Maß an Beharrlichkeit und die Fähigkeit vonnöten, die Situation so lange durchzustehen, bis sie erlernt wird und damit vertraut. Diese Beharrlichkeit, das heißt das Durchstehen der Situation, ist ein Beweis für das Vorhandensein emotionaler Ressourcen. Emotionale Ressourcen stammen, zumindest teilweise, von Vorbildern. Geistige, kognitive Ressourcen bezeichnen schlicht die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und im Alltag anzuwenden. Jemand, der lesen, schreiben und mit dem Computer umgehen kann, hat einen entscheidenden Vorteil. Der bzw. die Betroffene kann somit aus Informationen aus vielen verschiedenen, kostenlosen Quellen zugreifen und damit selbstständiger werden bzw. sein. Spirituelle Ressourcen bezeichnen den Glauben an eine höhere Macht, dass das Leben einen Sinn habe und Wertschätzung und Liebe ein Geschenk Gottes seien. Es handelt sich um eine sehr mächtige Ressource, da der bzw. die Betroffene sich nicht als verloren und wertlos betrachtet, sondern als fähig, Sinn und Werte zu schaffen. Darüber hinaus können spirituelle Ressourcen dem bzw. der Betroffenen helfen, Zukunftspläne zu schmieden, die ihm oder ihr Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Körperliche Ressourcen sind ein Körper, der funktionsfähig, fit und mobil ist. Die betroffene Person ist damit unabhängig. Unterstützungssysteme bedeuten, dass Freunde, Familie und Rücklagen für den Notfall vorhanden sind. Dabei handelt es sich um externe Ressourcen. An wen wendet man sich, wenn man Hilfe braucht? Personen, die erreichbar sind und Hilfe leisten, stellen Ressourcen dar. Wenn das Kind krank ist und Sie zur Arbeit müssen, wer kümmert sich dann um das Kind? An wen wenden Sie sich, wenn das Geld knapp ist und das Baby Medikamente braucht? Unterstützung und Hilfe drehen sich nicht allein um finanzielle und emotionale Bedürfnisse. Es geht dabei auch um Wissensgrundlagen. Wie kommt man an die Uni? Wer setzt sich mit einem hin und hört zu, wenn man zurückgewiesen wird? Wer hilft einem, mit dem Papierkram fertig zu werden? Wer hilft einem bei den Hausaufgaben in Algebra, wenn man selbst nicht weiß, wie man das anstellen soll? All diese Menschen stellen Unterstützung und Hilfe dar. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.